Einen davon habe ich automatisch gemutet irgendwie, statt da. Ich auch. Wahrscheinlich ist so ein Typ, den ganzen Tag beleidigt hat, der dann gebannt wurde. Sprachchat-Band. Genau, genau. Eigentlich habe ich gar keinen gebetet. Ich habe alle, die ich gemutet habe und gebannt habe, alle entbannt, vor einer gewissen Zeit. Also Leute, habt ihr was gehört? Ihr könnt ihn gerne nochmal beleidigen. Auf jeden Fall Leute, willkommen zurück zu Modern Warfare auf der Xbox One. Skit ab. Let's go. Warum bist du immer angeflogen, Digga? Ich steh halt einfach schon hier, wenn ihr kommt, ne? Siehst du das? Guck mal, ihr werdet angeflogen, Alter. Ich muss ein scheiß Taxi nehmen, Alter. Weißt du, das pisst mich schon wieder an, Alter. Ich muss ein Taxi nehmen, Alter. Oh, jetzt ist die dritte Map. Ja, das ist die dritte Map. Also ich glaube, das war eine Black Ops 1 Karte, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss sagen, optisch gefällt mir die schon am besten bis jetzt irgendwie. Optisch? Ja, aber spielerisch muss sie halt gucken, ne? Also die... Gott! Also die fühlt sich schon ziemlich groß an. Okay, längst ist ein Gegner. Oh, das bist du gewesen, meine Fresse. Nein! Oh! Das macht so wenig Schaden. Das sind zwei Kills. Achso, by the way, die AUG. Weißt du, was mich komplett gewundert hat? Hier war ja gerade im Klassen-Dieter drinne. Diese Waffe zählt als MP. Also, no joke. Die AUG ist ne MP, Alter. Junge, da kommt doch mal mit Shotgun auf mich los. Ja. Ach, Leute, der hat mich auch getötet. Oh Gott, gibt es jetzt schon die Quickscope? Meine Fresse, Alter. Könnt ihr nicht wenigstens mit der Beta wegbleiben? No joke. Spielst du eigentlich? Spielst du mit AUG oder spielst du mit... Ich hab ne eigene Klasse. Ich hab die M4A16. Kannst du, glaub ich, am besten damit sagen. Ich glaub, da weißt du direkt, welche Waffe ich mein, oder? Das... Ja, ich hab die noch gar nicht beigebracht. Wie hast du die denn bekommen? Klassen-Dieter. Klassen-Dieter, ja. Du hast gesagt, man kann nichts einstellen. Ja, man kann auch nichts einstellen. Ich hab halt... Diese Klassen schaltest du halt frei. Ich spiel hier grad immer noch mit den Standard-Klassen. Die du halt freischaltest mit dem Klassen-Dieter. Ich hab hier keine Aufsätze. Ich hab nichts. Digga, der zielt nicht mal. Der Typ, der Sniper, zielt nicht mehr. Er guckt nur zu mir und schießt. Ja, Alter, da... In Lowscope einfach. Und das reicht einfach. Ja, der ist da unten drin in diesem komischen, äh... Lüftungsschacht. Da braucht er nicht viel zielen oder so. Wenn du reinkommst, kann er eigentlich nur treffen. Lol. Digga, what the fuck? Das ist viel zu overpowered. Musst du ja gar nicht zielen. Nee, brauchst doch nicht. Der ist in so'n kleinen Raum drinnen, der braucht einfach nur schießen. Da trifft er schon. Willst du dich aufmachen? Nein, kann man nicht. Joong, halt, der mich erschrocken. Hier, wie soll? War das grad Stamps? Ich guck mal längst. Zack, kommt der Typ raus. Aber die Runde sieht ausgeglichen aus von den Punkten. Jooh. Feindlicher Marschflugkörper im Abzug. Hintergrund. Ich glaube, ich spiel lieber mit der AUG. Keine Ahnung. Feindliche Drohne überhaupt. Ja, die AUG hab ich auch in der Zeitung gespielt. Dieses AUG ist geil. Meiner Meinung nach. Das erste Mal, dass ich eine Blindgranate über den Fall bin. You're welcome. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Hast du gesagt, you're welcome? Ja, weil ich den Typen getötet hab mit einer Blindgranate. Okay, danke. Ey, ich hab ASWWW was auch immer getötet. Gott, was ist da grad explodiert? Keine Info. Man darf nicht auf Modizinspiste von den Gegnern draufschießen. Man explodiert sonst. Hast du das ja rausgefunden, oder? Ja, hab ich irgendwie. Ich hab's mal gehört. Von wegen, Digga. World Premiere. Als ob der da reingepusht kommt, Alter. Und alle holt. Bruder. Haha. Hab ich seine Steps von da hinten gehört, Alter? Ach, Ulf! Mit was spielt der denn, Alter? Das ist so geil. Aber wenn man hier ne Shotgun hat, Alter. Das ist viel zu overpowered. Ach du Scheiße, Junge. Ich fahr noch nicht ab beim Luft. Ich spott. Gibt du noch Shotguns in der Beta? Ja. Ja. Im Klassen-Sichtort bekommst du direkt einer. Ich muss ihn gern haben. Junge! Der spielt jetzt schon so, Alter. Deckung aufstehen, Deckung aufstehen, Deckung aufstehen. Die spielen jetzt schon so, Alter. Die schwitzen jetzt schon, Alter. Nicht mal die Beta-Kammer spielen. Ja, die wollen schon ihre Nukes rausballern hier. Der sich da unten hinlegt, Alter. Ich wusste, dass da irgendwann einer kommt, Junge. Ich wusste es einmal, ja. Ich habe das vergammelte Fleisch auch schon gerochen, bevor es um die Ecke gekrochen kam. Lass mal hier. Menschen töten. Die Stars. Menschen töten. Die Stars. Wer kennt es nicht, Digga? Normale... Was hast du so getan? Also Menschen töten, Digga. Die Stars. Ist bestellt. Schieß, ich müsste mal meine... Junge! Der drückt mir die Quickscopes der Vergeltung, Alter. Was ist mit... Ach nee, das ist ein Strohflinter. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, wie er das Ding gemacht schon wieder. Aber wie war... Ist das Captain Pierce? Verbündeter Marschloh-Körper gestaffelt. Na. Gut. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radon. Radon. Hier ist der Nordrhein. Huiiii. Du, hier sind wirklich Leute beschotten. Alter. Schotten Sie sich hier oben und vorwärts. Das ist blödig. Na ja, wenigstens ein. Alter, wir stehen hier zu dritt. Zielen auf ihn und der eine hat einfach von uns einen fucking Raketenwerfer. Und bombt ihn direkt weg, Alter. Was zum Teufel? Arme... Die arme Sau, Alter. Das ist einfach Bob. Das ist einfach Bob hier. An uns dem Team. Also geht der Team. Bob. Da, ein echter. Warum bin ich da gerottscht, Digga? Das war so unnötig. Was für ein mehrfühliger Spawn. Alter. Ich werde an einem Punkt in Existenz gerufen, Alter. Und habe direkt zwei Typen im Front von mir. So. What the fuck? Mehrfühliger Punkt zum Spawn. Oh shit, Digga. Als ob! Jetzt kommen die von der anderen Seite, Junge. Also, gefühlte die Spawns... Leck mich, Alter. Was ist das für eine geradee Karre? Auf jeden Fall die Spawns mega scheiße in diesem Game. Kann ich glaube ich jetzt schon sagen. Also, die Spawns gefallen mir bis jetzt absolut nicht. Oh, tschüss. Alter. Junge, was hat mich jetzt schon wieder geholt? Achso, der Typ mit der Auge. Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, ich bin schon wieder schrumpflen, so der Sniper. Alter, ich habe den Stopp schon geschmissen. Wir gewinnen hier. Ey, ich müsste den so die Granate gerade in die Fresse gebrochen haben, ne? Ja, dann kannst du ein bisschen ansteigen. Wie sie schweizen. Also, gerade läuft bei mir gar nicht. Der Anfang ging noch so einigermaßen, aber jetzt gerade. Ich krieg nur auf die Fresse. Ich renne immer die Falsch-Gehner rein. Ich bin wieder weggesniped. Ich bin einfach instill weg. Junge, was ist das für Typen? Am besten, ich leg mich einfach irgendwo in der Ecke und chill einfach, bis die Runde zu Ende ist. Habe ich gerade den letzten Abschuss gemacht? Gewonnen, gewonnen. Na, aber gucken wir mal auf Ehre. Ich glaube, ich habe den letzten Abschuss gerade noch so gemacht. Ich bin gerade gespawnt und da habe ich direkt einen Gehner gefunden. Ja, kommst du ins Spiel? Oh yeah, it's me! Wo steht das? Achso, da. Opfer! Was ist das für eine Waffe, Alter? Ist das nicht die M4-A16? M4-A16, ganz genau. Ganz genau, das ist halt die Standardware. Ja, ich habe es auch vorher schon gesagt, dass sie so heißt. Aber auf jeden Fall, Leute, das war es gewesen. Ich schwöre, ich hätte die auch so erkannt. Ja, natürlich, natürlich. Oh, rein, bis nächstes Mal. Tschüss.